Was? Ich versteh, wieso ihr hier abhängt. Echt gemütlich! Das Schönheitsflecken-Clubhaus ist ein sicherer Ort, Mr... ähm... Balck. Wir haben hier schon viele Schönheitsflecken-Probleme gelöst. Und wir haben vor, hier noch mehr Probleme zu lösen. Wir starten mit deinem Problem. Ganz egal, wie lang es dauert. Oder wie schwer es ist. Wir werden es lösen, denn das ist, was wir können. Ja! Ja! Und was ist dein Schönheitsflecken-Problem? Oh, stimmt. Na ja, mein Schönheitsfleck ist eine Hantel. Aber ich habe schon jede Hantel in Ponyville gestemmt. Hast du denn schon versucht, auch andere Dinge zu stemmen? Du meinst, keine Hanteln? Ja! 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 Ich meine, nein. Habe ich nicht dran gedacht. Ihr seid echt der Wahnsinn! Aber wenn es keine anderen Dinge mehr gibt... Dann könntest du anderen Ponys das Stämmen beibringen. Ja! 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 Wow! Ihr habt wirklich ein Talent für sowas. Das war ja ganz leicht. Vielleicht zu leicht, Mädels. Was soll das heißen? Nun, offenbar scheint es nicht viele Schönheitsflecken-Probleme zu geben. Und? Und was, wenn wir keine mehr finden? Tja, ähm... Und selbst wenn doch, lösen wir sie so schnell, dass man denkt, sie hätten vorher nicht einmal existiert. Also? Also, hätte auch der Schönheitsflecken-Club keinen Grund mehr zu existieren? Das Problem läuft auf Folgendes hinaus. Wir müssen nichts mehr unternehmen, um unsere Schönheitsflecken zu bekommen. Ja. Stimmt. Und? Ponys mit Schönheitsflecken-Problemen sind selten. Ja, richtig. Aber selbst wenn wir Probleme finden, können wir sie so schnell lösen, dass wir die meiste Zeit über im Schönheitsflecken-Club nichts mehr tun müssen. Also? Habe ich gedacht, dass wir in Zukunft in ganz Equestria nach Schönheitsflecken-Problemen suchen. Das ist aber ein Riesenaufwand. Ich glaube nicht, dass mich Rarity auf der Suche nach Schönheitsflecken-Problemen durch ganz Equestria reisen lässt. Ja. Bestimmt finden wir auch welche in Ponyville. Und wenn wir welche finden, lösen wir sie auf der Stelle, weil wir so wahnsinnig gut darin sind. Aber was machen wir denn bis dahin? Vielleicht, was uns Spaß macht? Was soll das heißen? Nun, wir haben viele Dinge nur getan, um unsere Schönheitsflecken zu bekommen. Aber das ist nicht mehr nötig. Also, können wir einfach tun, was uns Spaß macht? Denkt ihr etwa auch, was ich gerade denke? Aber klar! Fahrrad, Lohan! Nicht vergessen! Aufstampfen, treten und rollen! Danach werdet ihr zwei Scooterfahren genauso lieben wie ich. Na gut, wenn du meinst. Bereit? Ausstampfen, treten und rollen! Juhu! Tada! Ich habe es wohl verkehrt gemacht. Do-mi-so. Eine ganz leichte Harmonie. Harmonie, hm? Und eins und zwei und eins, zwei, drei. Juhu! Wow, das war echt einfach. Es ist nur ein Spritzer und ein Tropfen und ein Klecks. Nur ein Spritzer und ein Tropfen und ein Klecks. Und auch wenn Scootaloo denkt, Bungee springen wäre Bienen stark, würde Sweetie Belle lieber Bienen züchten. Pfff, 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 pfff. Na leider bin ich allergisch. Hättet ihr gedacht, dass es so schwer ist, was zu finden, was wir alle gern tun? Also, ich weiß, das klingt vielleicht verrückt, aber was, wenn wir es lassen? Was lassen? Zusammen was zu tun. Nun, alles zusammen zu tun. Aber wir sind der Schönheitsflecken-Club. Und das werden wir immer sein. Aber ich habe echt Lust auf Bungee springen. Die Höhe, der Sprung, der Fall. Und auf keinen Fall kickt euch das, aber ich würde so gern mal häkeln. Gibt es nicht was, das du auch immer schon tun wolltest? Keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, wir machen alles zusammen. Aber Bungee springen klingt ziemlich angsteinflößend und häkeln langweilig. Ist doch okay. Sweetie Belle und ich tun das, was wir mögen und du tust das, was du magst. Sobald du weißt, was das ist. Na schön. Toll. Und dann treffen wir uns hier und erzählen uns davon. Aber ich weiß doch noch nicht was. Wirst du schon rausfinden? Etwas Unglaubliches. Tja, dann muss ich das wohl herausfinden.